Chaitanyas Wesen nach den Quellschriften Im Chaitanya Chandrodhayam 5 wird die Frage gestellt, wie es denn möglich sei, dass Chaitanya auf seiner ersten Pilgerfahrt nach Puri mit seinen Begleitern die Grenze habe überqueren können. Da doch ein Krieg zwischen dem mohammedanischen Herrscher von Bengalen und Prater Parudra, dem Hindu-König von Orissa, im Gang sei. Die Antwort wird gegeben. Das ist nicht erstaunlich. Er ist der innere Lenker in allen Wesen. Er ist doch von Natur der Freund aller Welten. Und er hat niemanden, den er hasst. Wer könnte ihn hassen? Er schritt ungehindert durch die feindlichen Armeen hindurch. Die Bhaktas nennen Chaitanya Mahabrabhu den großen Herrn. Im Sinne aller Zeugnisse aus der ersten und zweiten Schülergeneration ist Chaitanya gar keine historische, sondern eine ewige Gestalt. Gemäß sämtlichen Quellschriften der Zeitgnossen vereinigt Krishna Chaitanya, in sich alle ewigen Seinsformen Gottes, einschließlich der zu den jeweiligen Seinsformen gehörenden Schaktis. Die I, sämtliche Seinsweisen des göttlichen Paars. Er ist also Krishna von Vraja und Radha, Krishna von Dvaraka und Rukmini und andere Schaktis in diesem Reiche, Narayana und Lakshmi in Vaikuntha, Shiva und Parvati und so weiter. Es gibt keine der ewigen Seinsformen des einen Gottes und keine Seinsform der Schakti von Radha bis zur Durga der Welt, die er nicht angesichts einzelner Schüler aus seinem eigenen Wesen heraustreten ließ und ihnen dadurch sichtbar gemacht hat. Die Offenbarung erfolgte jeweils entsprechend der Atmennatur des betreffenden Schülers und entsprechend der Gottesgestalt und dem Gottesreich, denen dieser Schüler ewiglich zugehört. Die Offenbarung geschah insgeheim oder auch vor mehreren oder hier und da sogar vor einer großen Menschenmenge. Sie hing auch davon ab, in welchem Bewusstsein sich Chaitanya eben befand. Ob er sich in der ihn umgebenden Welt klar bewusst war oder ob er noch ein wenig Bewusstsein der Welt hatte oder ob ihm das Bewusstsein der Welt gänzlich entschwunden war. Nach den modernen Werken, die gänzlich oder zum Teil Krishna Chaitanya gewidmet sind, ist dieser, ein indischer Heiliger, etwa gleich Tulsidas oder Tukaram oder Kabir, der sich manchmal in seiner Ekstase oder in Ausbrüchen religiösen Wahnsinns für eine Inkarnation Vishnus hielt oder der bald nach seinem Tod von einzelnen Schülern für eine solche Inkarnation angesehen wurde. Man hat auch versucht, sein Wesen psychoanalytisch zu erklären. Fußnote 285 Vergleiche die Literaturangaben Seite 547 über die missverschändliche Anwendung des Wortes Inkarnation für den Avatarer Vergleiche Seite 70 So wie bereits im Samen des Baums der ganz blühende und fruchttragende Baum veranlagt ist, so weist schon die allererste Strophe des Chaitanya Charitamrita auf alle Rollen hin, die Krishna Chaitanya in seiner Lila auf Erden spielt. Und gemäß den frühen Quellschriften ist es nie eine fremde Rolle, sondern ein Aspekt seines eigenen Wesens, den er in diesem Spiel manifestiert. Diese Anfangsstrophe des Chaitanya Charitamrita lautet Verehrend grüße ich Erstens die Gurus, zweitens die Bhaktas Gottes, drittens Gott, viertens die Avataras Gottes, fünftens seine Prakashas, sechstens seine Shakti, das alles, was zusammen Krishna Chaitanya genannt wird. Sree Chaitanya Charitamrita Adilila 1.18 Erstens Die Gurus So wie Krishna in seiner Lila auf Erden zu dem Guru Sadipani ging, so suchte auch Chaitanya den Guru auf. Das heißt, er hatte zwei Gurus. Den Bhaktarishvara Puri, der ihm die Initiation in den zehnsilbigen Mantra von Krishna Gopala gab, und den Sanyasi Kejava Bharati, der ihn ein Jahr später in einen der von Shankaracharya gestifteten oder erneuerten Mönchsorden aufnahm. Es war Spiel, denn das sehr Ungewöhnlichste ereignete sich, dass der Jünger, der in drängender Sehnsucht den Meister um Initiation bat, diesem zuerst den Mantra und dann den Namen Krishna Chaitanya ins Ohr flüsterte, bevor er dann eben diesen Mantra und seinen neuen Namen von dem Guru empfing. Er ward also zum Guru seines Guru, und Chaitanya dachte auch keineswegs daran, je die Regeln eines Ordens von Shankaracharya zu befolgen. Anstatt, wie es sich nun geziemt hätte, ernst und gelassen, mit dem Blick auf die Nasenspitze gerichtet, seines Wegs zu gehen, fing er sogleich, im Kirtan Krishnas zu singen und zu tanzen an. Und als er in der Richtung nach Vrindavan, Krishnas Hirtenlands, dem Ziel seines Sehnsuchts forteilte, da flehte der von ihm begnadete Guru ihn an, ihm folgen zu dürfen. Chaitanya nahm den im Kirtan jubelnden und singenden und tanzenden, den nun von Bremer überströmten, mit sich. Fußnote 287 Vergleiche Udhavas Hymne an die Gopis Bhagavatam 10.47.61 Die den Pfad Mukundas Krishnas gehen, der von den Shrutis gesucht wird. Der von Chaitanya begnadete Guru ist nach Gaura Ganodesha Deepika 52 der Guru Sadi Pani, bei dem Krishna einst in kürzester Zeit alle Glieder und Nebenglieder des Veda lernte. Bhagavatam 10.45.30 Nach Chaitanya Chandra Dayam 4 ist Bharati gestalthaft, das gesamte vedische Wort, die Shruti, die danach strebt, Krishna zu offenbaren. Das mehrschichtige Wesen Chaitanyas, einerseits als Schüler eines Guru und andererseits als Guru aller Welten und vor allem als einziger Guru des Shringarasa, kommt in einem Gespräch des kleinen Knaben Ajudyananda mit seinem Vater Advaita Acharya zum Ausdruck. Lieblich, nackt, vom Spiel mit Staub bedeckt, stürmt der fünfjährige Knabe herein. Vater, was hast du da gesagt? Chaitanya hat einen Guru? Hast du das bedacht? Welche Verwegenheit? Er, von dem alles Wissen stammt, kann der Vater, sagt er selbst, überhaupt einen Guru haben? Sri Chaitanya Bhagavata 3.4 Innerlich viel näher als Kesava Bharati steht dem Chaitanya der erste Guru, zu dem erging der gottgeweihte Ishvara Puri, aus jener Traditionsfolge der ewigen Bhakti, deren erste Verkünder im Bhagavatam aufgezeigt werden. Eine unsägliche Liebe und Dankbarkeit zu dem Bhakti-Guru bricht in Chaitanya auf. Als er, der nach den Texten selber, Krishna, in seiner ganzen Fülle ist, in der Rolle eines bisher von Gott abgewandten versinkt und voll Sehnsucht den gottgeweihten Ishvara Puri um Bhakti, um die Kraft der dienenden, erkennenden Liebe zu Krishna bittet. 2. Die Bhaktas Aus Sehnsucht nach der Bhaktagestalt ist Hari Krishna als Chaitanya Avatara geworden, sagt dessen vertraulicher Schüler Sanatana, dem er am Ufer des Ganges in Benares zwei Monate lang Einzelunterweisungen gab. Da er Krishna erkannt hatte, dass die Liebe seiner Geweihten zu ihm viel lieblicher ist als seine eigene Liebe, wurde er aus Sehnsucht nach der Bhaktagestalt Avatara. Alles übertrifft siegreich. Er in seiner Gestalt gleich geschmolzenem Gold. Fußnote 290 Oft angewandter Vergleich für Radhas Erscheinung. Alles übertrifft siegreich. Er in seiner Gestalt gleich geschmolzenem Gold. Der den Namen Krishna Chaitanya führt und der hier bei uns ist. Der Hari im orangenen Kleid eines Asketen. Dieses Sohn der Sri Saji. Fußnote 291 Saji, die Mutter Chaitanyas in seiner Lila auf Erden. Priyat Bhagavatam Ritam 1.1.3 Vergleiche Seite 312 Das jubelnde Hier in der Schlusszeile der Sanskrit-Strophe weist darauf hin, dass Chaitanya noch auf Erden wandelte, als Sanatana diesen Vers am Beginn des Priyat Bhagavatam Ritam schrieb. Mehrere Verkündigungen in den Shastras weisen auf diese vorher noch nie sichtbar gewordene Erscheinungsform eines Avatar-Gottes hin. Zum Beispiel, in verhüllter Gestalt als Bhakta errette ich im Kali-Yuga. Naradia Puranam Drittens, Gott, Isha. Das bedeutet Gott in seiner Allmacht und Majestät als Narayana und auch Gott in seiner unsäglichen Lieblichkeit und Schönheit und unbekümmerten Ausgelassenheit als Krishna. Manche Bhaktas in der Lila erkennen in Chaitanya die ganze göttliche Fülle von Bhagavan Svayam. Viertens, Gottes Avataras Es gibt keinen göttlichen Avatar wie Resimha, Rama, Varaha und so weiter und so weiter, den Chaitanya nicht im Verlauf seiner Lila aus seinem Wesen heraustreten ließ und vor seinen Bhaktas, ja zuweilen sogar, vor scheinbar ganz Außenstehenden sichtbar machte. Vergleiche die Szene mit dem muhammedanischen Schneider. Was habe ich gesehen? Was habe ich gesehen? Chaitanya Chandraya 2 5. Seine Brakajas Das sind ewige Entfaltungen Gottes, die mehr Shakti besitzen als die Avataras. In der Chaitanya Lila handelt es sich vor allem um Krishnas älteren Bruder Balaram. Der selber wieder viele Aspekte und Teilaspekte hat und in der neuen Lila als Nityananda auftritt. Balaram Nityananda spielt in dieser Lila eine überaus wichtige Rolle. Er ist der Guru von Vrindavandas, dem Autor des Chaitanya Bhagavata. Mehrmals ereignet es sich, dass Chaitanya, der alle Gottes Aspekte umfasst, an Balaram denkt, und schon offenbart er sich vor den staunenden Bhaktas als Balarama, der Pflugträger, weißglänzend den Pflug in der Hand, während Nityananda Balaram ebenfalls an seiner Seite steht, ihm dienend. 6. Als seine Shakti Von Radha und Mahalakshmi angefangen bis zu Durga oder Mahamaya, der Herrin des Weltalls, hat sich Chaitanya in allen Formen der Shakti vor den Seinen offenbart. Eine Szene Chaitanya Bhagavata Madhyakanda 18, wo nacheinander sämtliche Shaktis Gottes aus Chaitanya heraustreten und sich vor alle Augen manifestieren, ist ganz erfüllt von dieser Offenbarung. Im dritten Akt des Chaitanya Chandradayam wird auf der Bühne eine Bühne aufgeschlagen und Chaitanya führt mit den Seinen ein improvisiertes Drama aus der Krishna-Lila von Vraj auf. Da spielt Nityananda, die Yogamaya, Advaita, der alte Mann, spielt sich selbst ganz vergessend. Die Rolle des übermütigen Knaben Krishna in Vraj. Und Chaitanya spielt die Rolle Radhas, die er selber ist. Doch in Wirklichkeit ist er es, der alle Rollen des Stückes spielt. Alle sind von seiner Kraft erfüllt. Bald ist er in seiner Lila der Krishna, der ganz in die Unendlichkeit seines eigenen Wesens versunken ist. Keiner wagt ihm zu nahen. Die Bhaktas sind voll Gram, dass sie ihm nicht dienen können. Vergleiche Chaitanya Chandradaya 1 Bald spielt er mit seinen ewigen Gefährten die Welt ganz vergessend. Bald ist er der weltszugewandte Gott oder irgendeiner seiner Avataras oder der Yuga-Avataras dieses Kali-Yuga. Bald ist er Radha von Krishna getrennt, mit Krishna vereint oder eine Teilentfaltung Radhas, einer Gopi, eine Manjari, die Radha und Krishna dient. Bald ist er ein Bhakta. Und unendlich rasch geht die eine Rolle in die andere über. Im Sturm der Wogen- und Stromwirbel der Prima Bhakti, der Sanjari-Bhavs und Sattvika-Bhavs und Anubhavs und sekundären Stai-Bhavs, die sich überstürzen und überschlagen und sich ausdrücken in Tränen, in Ohnmacht, in wildem Tanz, in Furcht, in Verzweiflung, in Entmutigung, Stolz. Hilflos scheint er von diesem Wellengang der Bhavs mitgerissen zu werden. Jedoch, so wird es den Augenzeugen, die Prima Bhakti haben, ersichtlich. In seiner Gestalt auseinander aus göttlichem Glück. Die meisten der 33 Sanjari-Bhavs der Prima Bhakti sind leidvoll. Doch es ist ein Leid, das gleichzeitig höchstes Glück ist. Das Glück des Dienens. So wie die Bhaktas Bhagavan in Prima dienen, so dient Bhagavan dem Bhaktas. Das Unerwartete begibt sich, dass der Adept, der aus dem Wirrsaal der Welt kommt, durch Bhakti zur ewigen Sicherheit und Geborgenheit im Dienen gelangt. Doch wenn es ihm bestimmt ist, noch weiter zu gehen, Da schlägt alles wieder um. Da gibt es wieder Kram, Angst, Furcht vor einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe. Aber nun nie mehr um seiner selbst Willen, sondern einzig um des geliebten Gottes Willen. Und bei Gott, der sich selbst in der Lila ganz vergisst, um des geliebten Bhaktar Willen. Die Autoren sämtlicher alter Biografien sind seherische Dichter, deren Dichterkraft durch die Begegnung, Wiederbegegnung mit Krishna Chaitanya noch gesteigert wurde. Jeder beschreibt den Helden, der neuen Lila Gottes, im Sinn seiner eigenen ewigen Beziehung zu ihm, seinem Staibav entsprechend, und er lässt seine eigene Rolle in dem Spiel aus Bescheidenheit möglichst in den Schatten treten. Der Verfasser der ältesten Biografie, ein Jugendfreund und Schulkamerad von Chaitanya, der Arzt Murari Gupta, zum Beispiel ist dem Sri Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta Zin zufolge Hanuman, der große Bhaktar des Avatara Rama, in Affengestalt. Immer sieht Murari seinen geliebten göttlichen Herrn als den großen Avatar Rama vor sich, wenn auch die anderen Seinsweisen Gottes stark hindurch leuchten, vor allem, wenn Murari den Aufenthalt Chaitanyas in Vrindavan schildert. So beginnt Murari sein Werk, in zuweilen holprigen, aber umso echter anmutenden Sanskrit-Versen. Der Tänzer, der Spieler, des Bhaktirasa, auf viele Art und Weise, der Sohn Chaganath, der Herr der Welt, der vor allen Welten ist, der die Qualen der Welt hinwegnimmt. Er ist nicht von Raum, Zeit, Materie begrenzt. Vibhu, er ist der Retter Kalis, das Herrn des finsteren Zeitalters Kali-Yuga, der Wegnehmer der Last Kalis. Er wurde sichtbar im Schoße der Saji. Er bringt die Bhakti zu sich selbst mit sich. Kavi Karnapura, der Autor des zehnaktigen biografischen Sanskrit-Dramas, Chaitanya Chandrayam, der Aufgang des Mondes Chaitanya, der als siebenjähriger Knabe Chaitanya im Kirtan tanzen sah und von ihm zum Kavi geweiht wurde, steht gleich Murari Gupta in einer unmittelbaren Beziehung zu Krishna Chaitanya. Die Autoren der beiden anderen wichtigsten Lebensgeschichten, Vrindavan Das, der Verfasser des Chaitanya Bhagavata und Krishnadas Kaviraj, der Schüler von mehreren der vertrautesten Schüler Chaitanyas, wurde von Nityananda Balaram, den Chaitanya, sein anderes Ich nennt, zu ihm und zu Krishna und Radha geführt, und Nityanandas mächtige Gestalt wächst demgemäß ihren Werken überraschend empor. Die erste Strophe des Chaitanya Charitamrita wurde bereits zitiert. Die zweite Strophe davon berichtet von dem Wunder, dass Chaitanya und Nityananda beide gleichzeitig am Horizont von Bengalen, wie die Himmelsblumen, Sonne und Mond aufgegangen sind. Bei einem langjährigen Studium der genannten vier wichtigsten Biografien bekommt man den Eindruck, die ganze Unendlichkeit der im Bhagavatam wiedergegebenen Lila Krishnas und seiner Avatars mit all ihrer vielbewegten Dramatik wird im Erdenwandel Chaitanyas nochmals von ihm und den Seinen spontan dargelebt, gesungen, getanzt. In den ersten 23 Jahren von Chaitanyas Lila auf Erden liegt der Schwerpunkt seines Wesens in Krishna. Doch gemäß den Texten hat er nicht bloß ständig Krishna im Bewusstsein. Das tun auch andere große Gottgeweihte, sondern er ist Krishna. Als nach seiner Geburt, einer der Geburten des Ungeborenen, sein Großvater Nilambara Chakravarti, gemäß dem Text ist er in der Krishna Lila Garga, der wieder manifestierte Hauspriester des Hirtenkönigs Nanda, Chaitanyas Horoskop erstellt und ihm den Namen gibt, bezeichnet er ihn als Narayana. Während der Säugling anscheinend still in seinem Bettlein liegt, vernehmen die Eltern Chaitanyas verwundert das Klingen der Fußspangen und die Glöcklein vom Hüftgürtel des Krishna-Kindes und sie sehen die roten Fußabdrücke von dem Lack der Fußsohlen Krishnas auf dem Boden. Wenn dem Krishna geopfert wird, nimmt Chaitanya zum Entsetzen der Anwesenden unbekümmert die gotts hingegebene Speise und isst sie zufrieden. Dreimal tut er es in einer Szene, voll burleskem Humor, Chaitanya Bhagavata Adhikanda III und offenbart sich schließlich dem Opfernden in einigen Aspekten seiner Gottesgestalt, zuletzt als der Knabe Krishna von Vraj.